Hallo ihr Lieben, ihr plant eine Finanzierung oder habt schon eine Finanzierung abgeschlossen und habt Sorge, dass der Zinssatz weiter steigt. Stellt euch vielleicht auch die Frage, was passiert am Ende der Zinsbindung? Muss ich höhere Zinsen in Kauf nehmen? Ich möchte heute mit euch über eine Möglichkeit sprechen, wie ihr noch sehr, sehr attraktive Zinsen für eure Anschlussfinanzierung sichern könnt und wie ihr sozusagen da nochmal massiv an Zinskosten in der Zukunft sparen könnt. Und zwar geht es heute nochmal um das Thema Bausparverträge, aber hier ganz konkret um Bausparen im Rahmen der Finanzierung. Viel Spaß beim Video. Ja, ich habe schon in meinen letzten Videos darüber gesprochen, dass Bausparverträge per se ja nicht unbedingt eine super Verzinsung aufweisen und grundsätzlich nicht unbedingt geeignet sind, wenn man ziellos so ein Produkt wählt. Heute möchte ich das Ganze mir aber einfach mal unter dem Aspekt anschauen, dass du schon eine konkrete Immobilie kaufen möchtest oder kurz davor stehst oder eine Finanzierung hast. Denn Fakt ist, die Bausparkassen bieten im Moment noch sehr, sehr günstige Zinssätze an. Die liegen in der Regel bei 1,4 bis 2,4 Prozent je nach Bausparkonstrukt, was du da wählst. Und es ist so, dass du somit die Möglichkeit hast, diese Zinssätze, die es faktisch ja jetzt gar nicht mehr gibt, die es letztes Jahr noch gab, dann auch für eine spätere Anschlussfinanzierung zu sichern. Bevor ich kurz darauf eingehe und euch mal ein Rechenbeispiel zeige, möchte ich nochmal ganz kurz darüber sprechen. Bausparen, was war das nochmal? Ihr müsst euch das so vorstellen, ein Bausparvertrag ist ein Kollektivsparvertrag. Das heißt, viele Leute zahlen bei der Bausparkasse ein. Diejenigen, die einzahlen, die bekommen relativ wenig Zinsen dafür, also faktisch 0,1 Prozent im Schnitt, also fast nichts, können dann dafür aber, nachdem wie lange sie da eingezahlt haben, von sehr, sehr günstigen Bauzinsen profitieren. Die anderen, die sozusagen in der Vergangenheit eingezahlt haben, die können jetzt schon günstige Zinsen abrufen. Man muss eine gewisse Summe in den Bausparvertrag eingezahlt haben, in der Regel zwischen 20 bis 40 Prozent der Bausparsumme und kann die Differenz dann als zinsgünstiges Darlehen nutzen. Soweit erstmal die grundsätzliche Funktionsweise eines Bausparvertrages. Die Frage, die ich aber sehr, sehr häufig gestellt bekomme, lohnt sich das denn überhaupt? Macht das überhaupt Sinn? Soll ich das Geld nicht vielleicht doch lieber anderweitig investieren? Und genau dieser Frage sind wir nachgegangen und das haben wir uns für euch mal konkreter angeschaut. Warum machen wir das? Die Bausparkassen haben ganz klar signalisiert, dass bis zum Jahreswechsel spätestens auch die Zinsen angepasst werden. Der Zinsmarkt generell ist ja deutlich höher als die Bausparzinsen. Und ihr könnt euch ja vorstellen, dass so eine Bausparkasse gar kein Interesse daran hat, die ganze Zeit über günstigere Zinsen auszugeben, als sozusagen am Moment, das am Kapitalmarkt der Fall ist. Deshalb wird angepasst. Aber aktuell gibt es einfach noch diese guten Verträge. Wenn man so einen Vertrag abschließt, hat man auch noch lange Zinsen. Soweit erstmal dazu. Also günstige Zinsen, die man lange sichert, wollte ich sagen. Wie sieht es konkret im Rechenbeispiel aus? Schauen wir uns das mal an. Wir haben uns das mal ganz konkret für euch mal angeguckt, wie sich das verhält. Wir unterstellen einfach mal, dass es hier um eine Finanzierung, also über einen Darlehen in Höhe von 300.000 Euro geht. Gehen wir mal davon aus, dass derjenige einen Zinssatz damals von 1,5% bekommen hatte, 2% Tilgung, und hat das Ganze 15 Jahre lang festgeschrieben. Jetzt hat er jeden Monat eine Rate von 875 Euro gehabt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert jetzt am Ende der Finanzierung zur Anschlussfinanzierung nach 15 Jahren? Und wir unterstellen einfach mal, dass der Zinssatz jetzt in dem Beispiel bei 4% liegt und bei einer Tilgung von 2%. Oder zum Beispiel 5% Zins und 1% Tilgung wäre auch denkbar. Also wir rechnen mal mit einer 6%igen Annuität. Derjenige müsste jetzt seine 200.000 Euro, die jetzt noch offen sind, neu finanzieren. Bei 6% Annuität hätte er dafür eine monatliche Belastung von 1.000 Euro. Das heißt, ihr seht, 125 Euro mehr im Monat. Die Laufzeit insgesamt wäre jetzt hier in dem Fall, bis er dann fertig ist, 28 Jahre. Und die Gesamtzinskosten jetzt vom Zeitpunkt der Anschlussfinanzierung 133.758 Euro. Ihr seht, nochmal ein echt dickes Brett, was er dann bohren muss. Und jetzt stellt sich die Frage, was wäre denn, wenn dieser Kunde oder dieser sozusagen Käufer jeden Monat noch 300 Euro in einen Bausparvertrag investiert, um mit diesem Produkt dann am Ende der Zinsbindung weiterfinanzieren zu können. Und dieses Szenario haben wir mal berechnet. Und zwar wäre es so, das restliche Darlehen, was über die Bausparkasse dann noch offen wäre nach 15 Jahren, wären 146.236 Euro. Das sind vom Prinzip die Sparraten, die er bezahlt hat, plus Kosten, was er ja nicht mehr finanzieren muss. Das liegt in dem Vertrag drinnen. Hat dann zur Zuteilung geführt. Und diese 146.000 Euro würden dann nochmal neu finanziert werden. Die Bausparkasse bietet jetzt einen Zinssatz von 2,35% an und er hätte eine monatliche Rate von 1.078 Euro zu zahlen. Laufzeit dann bis zur finalen Rückzahlung würde 13 Jahre betragen. Ihr seht, deutlich kürzer, als wenn er dann einen hohen Zinssatz bei der Anschlussfinanzierung in Kauf nimmt. Das Interessante wäre aber, dass die Zinskosten in Summe nur bei 26.229 Euro für die Anschlussfinanzierung liegen würden, weil er sich sozusagen an diesen sehr, sehr günstigen Bauspassinssatz einkauft. Ihr seht, das ist ein Unterschied von 100.000 Euro sogar über die Laufzeit. Jetzt wird der ein oder andere von euch denken, naja, da hast du vielleicht recht, aber ich hätte ja genauso gut diese 300 Euro jeden Monat in einen Fonds investieren können, hätte mir damit ja eine Rendite aufgebaut, hätte somit weniger nach 15 Jahren von dem Darlehen finanzieren müssen, weil ich das Geld dann sozusagen dazu verwenden könnte, das Darlehen zurückzuzahlen. Diese Berechnung kennt ihr vielleicht, wenn ihr euch mit dem Thema Bausperren beschäftigt. Und das haben wir auch mal genauer durchgerechnet, wie das konkret aussieht. Gehen wir einfach mal davon aus, dass derjenige jetzt die 300 Euro im Monat 15 Jahre lang zu einem Zinssatz von 5% pro Jahr anlegen würde. Und ich habe hierbei keine Ausgabeaufschläge, keine Servicegebühren, keine Steuern berechnet. Also wirklich eine absolut 100%ige Nettoinvestition, was faktisch so auch nicht funktioniert. Aber nur mal als Beispiel. Dann kämen hier 79.789 Euro Ertrag zusammen. Und die ziehe ich jetzt einfach mal von den 200.000 Euro ab. Das bedeutet, der Sparer würde dann in dem Moment ja nur 120.000 Euro neu finanzieren müssen. Also 120.211 Euro, um es genau zu nennen. Jetzt ist es natürlich so, dadurch, dass er jetzt Kapital angespart hat, müsste er jetzt in dem Moment ja nur 120.211 Euro Anschluss finanzieren. Damit die Berechnung jetzt aber fair ist und korrekt, setze ich jetzt einfach mal die gleiche Ratenhöhe an. Nämlich auch hier 1078 Euro. Das bedeutet, weniger Darlehen heißt, bei gleicher Rate könnte der Sparer jetzt mehr tilgen. Das heißt, er hätte jetzt sozusagen bei 4% Zinssatz 6% Tilgung zur Verfügung. Das bedeutet, er hätte hier auch, weil das Darlehen geringer ist, bei gleicher Ratenbelastung eine Laufzeit von 13 Jahren. Aber die Zinskosten liegen trotzdem noch bei 37.888 Euro in dem Beispiel. Das heißt hier im Klartext immer noch 11.659 Euro mehr an Zinskosten als bei der Bausparlösung. Und das Entscheidende, wie ich persönlich finde, ist folgendes. Erstmal ist der Fonds oder ist jetzt zum Beispiel das Sparprodukt, was auch immer, ohne Kostengerechnet. Wenn ich das noch mit berücksichtigen würde, wäre die Differenz noch größer. Das Entscheidende aber ist doch, dass man ja bei der einen Variante einen garantierten Zinssatz hat und eine garantierte Planungsgrundlage. Wobei bei der Sparvariante ich ja darauf angewiesen bin, dass mein Anlageprodukt, zum Beispiel mein ETF oder mein Investmentfonds, auch diese 5% erwirtschaftet. Und wenn man sich mal die aktuellen Kursentwicklungen anschaut, dann ist natürlich die Frage, ist das in den nächsten 15 Jahren auch der Fall? Und viele fangen jetzt an, euch irgendwelche Charts vom MSCI World zu zeigen, wie der sich seit Anno dazu mal entwickelt hat. Das heißt, sie schauen in die Vergangenheit und projizieren dieses Ergebnis in die Zukunft. Das kann man auch alles machen, wenn man sehr optimistisch ist und an eine tolle Marktentwicklung glaubt. Aber ich glaube, dass viele von euch ja hier auch eine Sicherheit haben möchten, weil es um eure Immobilie geht und vielleicht da nicht unbedingt zu spekulativ unterwegs sein wollen. Und genau für euch, da würde ich ganz klar sagen, macht der Bausparvertrag Sinn, dann ist die Sicherheit gegeben, dann hier zinsgünstig zu finanzieren mit einer monatlichen, verlässlichen Rate. Was du noch wissen musst, was generell bei diesem Thema Bausparen noch ganz interessant ist, wie ich finde, du hast grundsätzlich die Flexibilität, dort auch Einmalzahlungen zu leisten. Und es ist so, dass hier grundsätzlich auch die Möglichkeit besteht, so einen Vertrag auch mal beitragsfrei zu stellen. Ich will jetzt auch keine Werbeveranstaltung dafür machen, weil es gibt auch ein paar Dinge, die man grundsätzlich mit berücksichtigen muss. Nämlich zum Beispiel, dass die Bank, also die Bausparkasse auch immer mit vielen Banken korrespondiert, wenn gegebenenfalls noch eine Restschuld offen bleibt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit mal konkreter auseinanderzusetzen. Wenn ihr eine offene Finanzierung habt und über das Thema Zinssicherheit nachdenkt in der Anschlussfinanzierung, kommt wirklich gerne Zeiten auf uns zu. Die Tür schließt sich, diese Zinsen wird es nicht mehr lange geben. Wir sind im Moment sehr, sehr tief in der Materie, können euren passenden Bausparvertrag für euch auswählen und euch dazu beraten. Such dir gerne hier oben einen passenden Online-Termin aus und dann sprechen wir darüber. Ansonsten, wenn du weitere Videos sehen willst, findest du hier in der Playlist noch weitere Informationen. Viele Grüße, sagt der Riccardo von der FaktorWir Beratungsgesellschaft.